Diese ökologischen Fragen, die alle etwas mit Klima und CO2 zu tun haben, denke ich, Eisenbahn. Naja, wir sind raufgefahren, umgestiegen in St. Költen, da rauf, da sind wir gefahren mit einem sogenannten Schienenbus, ja, der hat ungefähr einen Antriebs- und Fahrverhalten wie ein besserer Traktor, so sind wir da unterwegs. Ja, wie in Sizilien 1903, ja, da bin ich auch so gefahren, ja. Dass das nicht möglich ist, dass das nicht, Grenz, ja, ich meine, da kommt man anders auch her von Wien, aber dass man das nicht elektrifiziert, da kann ich die Strecken der Niederlust stehren, weil ich vor allem eine ganz andere Geschichte erzähle. Und dann bin ich wiederum zingelt von allen, die die Eisenbahn ausbauen wollen und sonst was. Und wenn man sich die Budgets, im Übrigen von Rot-Schwarz genauso schlimm, wie für ein Tief hieß, Blau anschaut, dann sieht man, dass in den Autobahnbau wesentlich mehr Milliarden gehen, als in den Eisenbahnausbau. Und das ist eben das Unglaubwürdige. Ich selber probiere dauernd mit dem Zug fahren, ja. Das ist eine schwierige Sache, vor allem in weiteren Distanzen. Was wir brauchen, was der Schilder Andi sagt, ist richtig, Strecken nicht sehr tüchtig und zwischen den Metropolen. Wir können sicher Kurz- und Mittelstreckenflüge eindämmen in Zukunft, aber da muss anständig Geld in die angenommen werden. Wir brauchen auch dieses Netz, dieses europaweite Netz der Nachtzüge. Ja, das verfolgt aber nur die Grünen in Deutschland und in Österreich. Wir sind einmal mit den ÖPN-Kontakt in Behandlung. Wissen Sie, was ich sage? Sie könnten zwar heute schon fahren von Wien nach Bröstl mit dem Nachzug. Die Genehmigungen wären da, aber vor 2022 haben Sie nicht einmal die Züge dafür. Aber gleichzeitig investieren wir in irgendwelche Autobahnen, die nur mehr Milliarden in die Vergangenheit investieren. Nachzüge haben wir keine, aber Autobahnen und dritte Piste am Flughafen bauen, dafür haben wir viele Milliarden. Und das ist eben glaubwürdig oder nicht glaubwürdig. Und Klimaschutz oder nicht Klimaschutz, da können Sie alle da mal äußern dazu.